Hallo und jetzt geht es weiter mit Grounded. Okay, das ist doch noch alles da geblieben. Okay, gut zu wissen. Wir haben ja irgendwie unerwünschten Besuch. Ich spiele eine Kreatur. Ich stelle ein Stück Rüstung. Untersuche die mysteriöse Maschine. Ähm, M. Heraus zum Wegpunkt zurück. Mysteriöse Maschine ist da. Ähm, Tropical Punch. Baseball. Irgend so eine, ich spiele eine merkwürdige Kreatur. Ich weiß nicht, was man hier irgendwie erforschen soll an diesem Ding. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ähm, ja, ähm, trockenes Gras habe ich gerade aufgenommen, aber wo ist das? Das ist trockenes Gras. Okay. Wir müssen aber bald irgendwie mal schauen, dass wir hier irgendwie was sammeln können. So, das kann man nicht kaputt machen. So. Abartig. Ist mir egal. Hauptsache ich bin etwas sauber. Woher kommen wir denn hier rein? So. Jetzt haben wir mal eine Sache hier. Wir haben jetzt das hier. Ich will aber eigentlich den hier haben. Und dann gehe ich mal auf die 3. So. Ey, cool. Wie schnell ich hier treffen kann. Die sind ja eh schon fast tot, wenn die jetzt rumklubsen. Ähm, Schlampilz. Benötigt Brechwerkzeug. Also ich muss das mal hier rumkotzen. Ähm, damit ich das hier abbauen kann. Brechen. Ich breche jetzt, ja. Ich breche jetzt auf den Teller. Ja, genau. Und so siehst du dann auch was, ey. Ich mache sowas von überkotzen. Mir wird es schlecht. So. Tot. Okay. Ähm, haben wir wieder einige Sachen da. Wir haben jetzt diese komischen Saft. Wir haben das hier. Schleimpilz-Stängel. Die mit ihren Stängeln hier. Die sind wo irgendwo unterversorgt hier. Zumindest der Entwickler, warum der hier alle Stängel nennt. Äh. Für fünf Euro kann er in Ägypten schon was Ordentliches finden. Oh. Eine Baumwarte. Na komm. Das sieht aber ganz gut aus, wa? Dann kommst du mal näher. Ja, ich will... Boah, der Zähne, ey. Das ist definitiv ein Fleischfresser. Okay, wir gehen trotzdem mal hier lang. Ich habe halt doch gerade noch irgendein Käfer. Haben wir sowieso was? Warum haben wir hier radioaktives Zeug rumzustehen? Ähm, muss ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Okay. Die kann ich also gar nicht abbauen hier. Aber ich brauche ja unbedingt irgendwie Holz. Dann brauche ich dies, dann brauche ich das. Aber wo finde ich das alles? Die sind definitiv schon mal wieder Pilze. So, bevor du mich angreifst, greife ich dich an. Ähm, vier. Benötigt Werkzeug mit höheren Rang. Wie gesagt, das Werkzeug mit höheren Rang ist für mich immer noch so ein bisschen böhmig. Ähm, Baumpanzer. Brut, Mutter, Brocken. Okay. Ich gehe jetzt mal hier durch. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir das haben oder ob wir überhaupt was haben. Ähm, Zermietenarzt. Äh, Arzt. Okay. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wo wir das alles herbekommen. Deswegen laufe ich einfach mal hier lang. Ich schaue vielleicht, vielleicht finden wir ja so einen komischen Käfer. So einen extrem großen, gefährlichen, Monsterkäfer. Wurmzeichen entdeckt. Naja. Dann lass den Wurm da mal stecken, wo er steckt. Den müssen wir jetzt nicht hier irgendwie totschlagen. Ähm, Gras. So. Ameisenspinne oder Arbeiterspinne. Genau, Arbeiterspinne, äh, Arbeiterameise. Nein, bitte. Ähm, brauchen wir jetzt nicht. Okay, mach mal. Ähm, ne Fackel können wir bauen, wahrscheinlich, ne Fackel. Eine Brandfackel. Wir nehmen die hier, die Fackel, die können wir jetzt herstellen. Und da müssen wir aber auch auf die 5. die halten ziemlich lange, muss ich zugeben. Die halten wirklich lange. Ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade bin, wieder mal. Ich gehe mal auf die, auf die Karte. ich bin jetzt da. Da bin ich. Okay. Äh. Wegpunkt, mache ich mir jetzt mal hier hin. Ein Wegpunkt, ein Punkt, 700 ein paar zerquetschte. Ähm, aber wir gehen jetzt erst mal zurück nach Hause, weil wir, ihr seht ja selber, ähm, wir sind gerade irgendwie, ja, ich sehe nicht und wir sind voll. Also das heißt, ich muss analysieren, ich muss rausschmeißen und dann gehe ich direkt ohne Umwege, ähm, nicht ins Gefängnis, sondern, ähm, direkt ohne Umwege dahin. Da hin. Ich nehme ich aber noch mit hier. So. Eine Radnetzspinne. Okay, das hat, hier hat auf jeden Fall ein Rad ab. Das wissen wir jetzt schon. So wie die sich anhört. Was hab ich denn hier an? Also ich muss den Garten hier echt säubern. So. So. Haben wir jetzt schon. Ich bin dein Vater. I love you, I love you, I love you, yes I do.